Warum glaubst du mir nicht? Habe ich dir nicht die Kritiken gezeigt? Ja, ich habe es auch gelesen. Ja und? Die waren gut. So gut waren sie auch wieder nicht. Was für ein ignorant, du bist. Kritiken sind nie gut. Aber so ehemals wird gesagt, dass sie gut waren. Bei schlechten Kritiken steht das Gute zwischen den Zeilen. Diese Kritikaster können nämlich gar nichts anders. Nur eine schlechte Kritik ist für dich eine gute. Als Schauspieler bist du ja mein Opfer. Du musst dir alles gefallen lassen. Du bist ein öffentliches Eigentum. Das sind wir doch alle. Lauter Verrückte. Diese jungen Dinger. So was hatten wir ja früher beim Theater auf und weise. Weißt du, was ich war? Wie die Kollegen mich genannt haben? Na? Der Hecht im Karpfenteichen. Das ist ein geflügeltes Wort. Na ja. Nur schwerer hatten wir es hier rumzukriegen. Die haben uns Fantasie abverlangt. Die Inszenierungen unserer Gefühle. Und heute machen sie doch gleich so. Da zeigen sie, was sie haben, wo sie es haben, wie sie es haben. Na. Das sieht schon etwas. Und? Warte. So. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach, da sind sie ja endlich. Du hast gesagt, du bringst es mir bei. Du wolltest mir jeden Zug erklären. Da kommt doch kein Spiel zustande. Du willst nur immer gewinnen. Spät kommt ihr doch, ihr kömmt. Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt unser Säumen. Wir hatten zwei Uhr gesagt. Wie spät ist es jetzt? Es ist nie zu spät, das Wichtige zu tun. Du bist ja nicht auf der Bühne. Ja, was ich weiß. Was ich weiß. Wer nie bezahlt, keinen Eintritt. Ihr bekommt alles umsonst. Ihr wisst doch, dass wir die Zeit einhalten müssen. Na, kommt schon. Na, einsteigen, los. Ja, und wohin geht die Reise jetzt, Gevatter? Wohin, wohin? Gedächtnis wie ein Sieb. Reim mit dir. Setz dich auf deinen Hintern. Du, das ist kein Spruch, den man klassisch nennen könnte. Wir sehen uns die Tatort an. Warum lachst du denn? Ach, weil der Idiot sich immer nervös machen lässt. Jedes Mal dasselbe. So wie bei dir. Immer wenn es spannend wird, dann schminkst du dich. Nicht mal richtig. Nicht mal was? Bei Gelegenheit zeige ich dir mal, wie man das macht. Eher zeigen wir. Ausgerechnet dieser alte Schmieren-Komödiant. Das Tanzen hast du verlernt, du alte Rupfdole. Schminken auch. Geschminkt oder nicht geschminkt. Jetzt haltet gefälligst die Klappe. Das ist das Schlimmste, was man von einem Schauspieler verlangen kann. Ich tue es. Ich tue es. Herr Wagner. Dritter Stock. Sehr gut, Mitglied. Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Interessant. Interessant. Bitte? Dass er mich nicht mehr kennt. Habe ich mich so sehr verändert? Moment mal. Vor drei Jahren bin ich hier noch aus- und eingegangen. Koppeln? Der Nämliche, das heißt ein Teil von ihm. Magen weg, gerade weg, zwei Herzinfarkte. Nur das Köpfchen funktionieren. Aha, mal wieder so vorbeischauen. Mal sehen, ob noch alles an seinem Platz ist bei Helwig und Co. Nur mal so vorbeischauen. Mal sehen, ob noch alles an seinem Platz ist bei Helwig und Co. Sie wünschen? Zunächst mal, dass Sie hier freundlich zu mir sind, zu einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma. Hat sich alles ein bisschen verändert hier. Na ja, drei Jahre. Ich habe noch mit dem alten Herrn zu tun gehabt, den es nicht mehr gibt. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann? Melden Sie mich bei dem jungen Herrn an. Koppel ist mein Name. Alfons Koppel. Der Name sollte ihm noch geläufig sein. Koppel, keine Ahnung. Moment mal. Hatten wir nicht früher mal einen Koppel? Koppel, Koppel. Vielleicht in der Buchhalter? Noch unter meinem Vater, so. Und was will der Mann? Okay, dann lassen Sie ihn mal reinkommen. Zwei Minuten. Aber nur kurz. Der Chef ist sehr beschäftigt. Ist sehr beschäftigt, kenne ich. Sind Sie immer, die Chefs? Herr Koppel. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Moment, Herr Koppel. So, Herr Koppel. Wo kommen Sie denn her? Von zu Hause. Wenn man das so nennen kann. Von der Endstation Altersheim. Ah ja. Unser Koppel. Unverkennbar. Etwas älter zwar, aber unverkennbar. Naja, wir werden alle nicht jünger, was? So ist das Leben eben. Ihr Vater, mein Chef. Das war er. Ja. Na, wie geht's Ihnen denn so? Nicht besonders. Oh, das hört man ungern. Nicht besonders. Und gesundheitlich? Eher finanziell. So was passiert Ihnen? Sie waren doch immer ein Meister im Sparen von Geldern. Wahrer Künstler. Wenigstens war das die Meinung meines Vaters. Ein Künstler im Sparen. Für die Firma, ja. Für mich selber war ich nicht so erfolgreich. Tja. Also, was kann ich für Sie tun? Haben Sie keinen Job für mich? Ein was? Brauchen Sie keinen Nachtwächter? Aber den haben wir doch lieber, Koppel. Wie zu Ihrer Zeit. Immer noch Sicherheitsdienst-Krappe. Jede volle Stunde steht jemand nachts vor unseren Türen. Wissen Sie was? Hier haben Sie 100 Mark. Da gehen Sie schön essen und trinken. Und den Nachtwächter, dann vergessen Sie. Hier nehmen Sie. Genieren Sie sich nicht. Da kommt er ja endlich. Na, wie war's? Alles okay. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Und? Ein Almosen. Na bitte. Ergo bibamos. Herr Ober. Ja, sofort. Sie wünschen Sie also, wir kriegen... Excuse, excuse, darf ich, ja? Was für Champagner haben Sie da? Champagner? Sie sind verwundert, haben Sie etwa keinen? Natürlich haben wir Champagner. Was Sie nicht sagen. Was macht doch denn Unsinn? Wir kriegen zwei Bier, ein Mineralwasser für unseren Chauffeur und einen klaren für die Dacke. Aber wir wissen jetzt, dass Sie tatsächlich Champagner haben. Wir werden bei nächster Gelegenheit darauf zurückkommen. Ich kann's kaum erwarten. Jetzt die Mediaschrechtsform auf. Dein Auftritt, bitte. Ja, also, das Wichtigste. Der Tresor steht doch an derselben... Der Tresor steht doch an derselben Stelle und das ist doch dasselbe alte Ding. Kein Problem für den Spezialisten. Da sind deine Bürosche drin. Ja, ich hab sie ausprobiert. Sie passen. Hier ist der Empfang. Der Fahrstuhl ist hier. Der nicht benutzt? Natürlich nicht. Die Treppe? Hier gleich daneben. Die Büros von Hellwig und Co liegen im zweiten Stock. Ein Wachmann macht die Runde und steht jede volle Stunde vor die Bürotür. Dann bleibt also nur eine Stunde Zeit. Ja, das müsste zu schaffen sein. Zwei, zwei, zwei. Ja, ja. Die Show steigt erst am Achte, Opas. Dann könnt ihr euch einen abgucken. Wer ist ja dem Schäfer? Davon müsste ich auch was wissen. Ein zum Friedhof, Grufte. Hey, hey! Die Papi geht so nicht auf. Ruf den Buletten, Emil. Oder willst du treten deinen fetten Händen an? Emil! Emil! Da sind zwei Irren. So ist es, Papstchen. Immer schön freundsam sein. Und tun, was der liebe Opa sagt. Was ist denn? Schmeiß raus! Schmeiß raus! Ja, Emil. Da sind wir. Pünktlich auf die Minute, aber Achtung wie früher. Ich hab gesagt, schmeiß raus! Stell deine Sirene ab oder klatsch dir eine Verdufte. Ich hab dich alles gefallen lassen. Tag, Koppel ist mein Name. Alfons Koppel. Ist der Wann da? Ja. Vom Fach? Der jene Jahr, jetzt sind zwei. Zwei? Immer noch misstrauisch, wa? Immer noch vorsichtig. Keine Angst, ihr könnt ihr wem einen Tipp gegeben haben? Deinen Kollegen von früher zum Beispiel? Für dich immer noch sie, Emil. Ist das klar? Okay, 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 ist ja gut. Keine Angst. Ich weiß zu viel von dir, Emil. Zum Beispiel die Sache mit dem Manker damals. Das reicht noch immer. Für ein paar satte, fette Jährchen. Versteht einfach keinen Spaß. Wie früher. Nur beruhigen Sie sich mal, Herr Inspektor. Sonst trifft Sie noch der Schlag in Ihrem Alter. Und das in so einem Etablissement? Na denn. Auf ein langes Leben, wa? Hallo. Ich hab noch nen Freund mitgebracht. Zieh auf, wie ich sehe. Eine Frage vorweg. Noch interessiert? War klar doch. Was Emil so erzählt hat, das klingt richtig gut. Aber setzen wir uns doch. Na, schießen Sie mal los. Also, wir haben jeden Schritt gerechnet. Auf die Minuten. Wenn Sie nicht genau daran halten, kann ich schief gehen. Haben Sie einen Plan dabei? Ja, hier. Die Schlüssel? Bitte. Woher haben Sie die? Ja, vor meinem Chef. Kurz bevor er gestorben ist. Die sind nicht registriert? Nein. Das hier ist für die beiden Türen unten. Und der hier für... Okay. Ah, ja, ja, ja. Ja, nein, ich komme ja schon. Warum kommen Sie so spät? Die Essenszeit ist doch rüber. Sie wissen doch, dass Sie pünktlich sein müssen. Jetzt ist die Küche geschlossen. Was heißt das? Das Abendessen schnitt uns zu. Sie kennen doch die Hausordnung. Ausnahmen gibt es nicht. Ach, steigst du mir doch auf Blut. Frau Verehrteste, Frau Binger, wir haben die Friedshilfe besucht, auf denen unsere Frauen und ihre Männer abkriegen. Ja, wie viel waren das? Nein, doch nicht. Denn noch so ist, nie, nie, sie Bähle. Wir haben gemeint, was wir verloren haben. Aber warum kommen Sie so spät? Wenn man die Friedshilfe uns zugerufen hat, in Grab ist Ruh. Bleibt hier, euer Platz ist hier. Begreift das doch endlich. Hier! Hören Sie doch mit Ihren Theaterphrasen auf. Sie stehen hier nicht auf der Bühne. Oh, da irren Sie sich aber, Verehrteste. Wir stehen alle auf der Bühne. Die ganze Welt ist Bühne. Auch Sie spielen da Ihren Part. Er ist vielleicht nicht besonders attraktiv, aber... Was ist du mit unserem Essen? Ja oder nein? Wollen Sie mir drohen? Ja, ich schrei hier alle Scheintoten zusammen. Aber nichts Warmes mehr. Nur kalt. Nur noch kalt. Danke. 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 Alles verrückt. Danke. 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 Pling! Mathe, ich hab gesperrt. Herr Puschka! Herr Puschka! Herr Puschka! Es ist abgesperrt! Lassen Sie uns raus! Na, Herr Borger, länger gearbeitet heute? Monatsabschluss. Das heißt Überstunden, Überstunden. Ja, ja. Die Überstunden. Moment bitte. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen, Frau Nessler? Oh ja, das wär sehr nett, Herr Borger. Herr Puschka! Herr Puschka! Hier. Sieht aus wie ein Lippenstift. Okay, danke. Damit der Monatsabschluss nicht in die Hose geht. Wir schauen um die Überstunde. Danke. Gute Nacht. Danke, Herr Puschka. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Verdammt nochmal, wie kann man nur so blöd sein? Hallo? Hallo, Herr Puschka? Herr Puschka! Ja, bitte. Ja, bitte. Ich hab von unten gesehen, dass ich das Licht hab brennen lassen in meinem Büro. Das kann ich sagen. Nein, 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 ich krieg morgens sonst die größten Schwierigkeiten. Nein, Dietrich. Ein einfacher Bad. Gib mir eine kleine Größe. ... ARD Text im Auftrag von Funk Diese blöde Ziege Sie sind neu hier? Ja, seit zwei Wochen Ah, an Ihrer Stelle würde ich aber nicht gleich mit Überstunden anfangen Herr Buschler, da ist was los im zweiten Stock Bei Hellwege und Co Ich habe so merkwürdige Geräusche gehört Ja, mindestens 15.000 Na, wer sagt's denn? Heben Sie die Hände hoch! Jetzt sind Sie schon bei der Arbeit Sie haben immer Geld im Büro Wertsachen, Schmuck, ich weiß das Keine Sorge Zum Wohl Woher denn das? Geklaut, in der Küttchen Zusammenrückt die kleine Schar zwischen Furcht und Hoffnung schwebend Dein Champagner trinken wir morgen Und bei Champagner bleiben wir dann Ich habe noch eine Menge Adressen von alten Küken Alten Halsabschneider Halsabschneider Warst du nicht selbst einer? Ja, natürlich Wir waren alle Halsabschneider, nur nicht die Richtigen Sonst säßen wir nämlich nicht hier in diesem beschissenen Altersheim Ich war keiner, ich habe sie nur gespielt, die Halsabschneider Glänzend, natürlich Ja, allerdings Glänzend 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 Wer keiner war, der wär's gern geworden Da gibt es zu Wir liegen doch auf dem Bauch vor den Halsabschneidern Und warum? Weil sie Erfolgstypen sind Die werden wir jetzt wohl auch Ich weiß, wo was zu holen ist Der kriegt seinen Champagner und sie kriegt... Na, was willst du? Jetzt kannst du Wünsche äußern Ein paar anständige Klamotten, damit man sieht, wer sie mal war Ja, du Arsch Was für herrlichen Zeiten gehen wir entgegen Die goldenen Zeiten Ach, glaub doch sowas nicht Ihr seid ja alle verrückt Männer Ich kenne Männer Ihr habt ne Menge kennengelernt Zweifelt jemand daran? Inwendig und auswendig Männer Das sind doch alles Verrückte Alles Halsabschneidern Prost Alte Hupftole Elfan Ja? Die Pistole des Wachmanns Sie waren nicht entsichert, nicht durchgeladen Du musst es vergessen haben Da ist er gestorben Hier ist seine Brieftasche Vielleicht findest du was Aha Der Mann, der die Polizei verständigt hat Wartet nebenan Genau Ordnung Hier Beweispunkt 4 Okay Nein, nein, ich kann gar nichts sagen Was hätte ich denn tun sollen? Warten, bis da jemand rauskommt mit der Pistole in der Hand Und legt mich auch um? Das ist ja gut und beruhigen Sie sich mal setzen sich hin So Nun weiter Ich hab den Schuss gehört und bin so schnell wie möglich weggerannt Dann haben Sie also den Täter oder die Täter gar nicht gesehen? Nein Sie sagen, Sie haben die Funkstreife von der Telefonzelle aus alarmiert Ja Wie sind Sie dann rausgekommen aus dem Haus? War nicht abgesperrt? Nein Der Wachmann wollte gerade abschließen, als ich ihn alarmierte Als die Funkstreife kam, da war der Eingang aber abgeschlossen Und äh Sie waren allein? Ja, natürlich Das bin ich Haben Sie die Leute? Ja Kriminalpolizei Kann ich Sie mal sprechen Nein, nein Darf ich einkommen? Bitte Danke Verletzt Oder tot? Er ist tot Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Eines Tages Hab ich ihm gesagt Wird die Polizei vor der Tür stehen Und ich werd sie fragen müssen Verletzt oder tot? Und sie werden sagen tot Seine Pistole war nicht entsichert Ja Er sagte immer Im Notfall werde ich die Pistole zeigen Aber ich werde nicht schießen Auf einen Menschen Nein Der andere hat geschossen Sehen Sie nicht, dass da noch was drin ist? Wie lange wollen Sie denn noch Kaffee trinken? Es ist schon zehn nach acht Darf ich nicht mal austrinken? Wir müssen doch abspülen Trinken Sie schon aus Wir müssen doch abspülen Trinken Sie schon aus Was dafür? Keine Rücksicht Sie nehmen keine Rücksicht Sie nehmen keine Rücksicht Küche ist schon geschlossen Na ja Bis zum nächsten Mal Bargeld, ja. Nicht allzu viel, so um die 20.000 Mark. Etwas Schmuck. Hier ist eine Aufstellung. Wertvoller Schmuck von meiner Frau, die so schnell zu handhaben wollte, wenn wir abends mal in der Stadt geblieben sind. So ein ziemlich altes Ding da. Etwas ungewöhnlich für so ein modernes Büro. Reine Nostalgie. Ich hänge sehr an dem guten alten Stück. Das ist ein Andenken an meinen Großvater, den Firmengründer. Und an meinen Vater. Er war genauso. Er war etwas altmodisch, solide. Der Haupttresor steht im Keller, einbruchsicher. Nur die Tür zu Ihrem Büro war aufgebrochen. Sowohl die Eingangstür unten, wie auch die Tür hier zu Ihrem Bürokomplex waren abgeschlossen von außen. Also die Einbrecher müssen einen Schlüssel gehabt haben. Was sollten die einen? Sie meinen doch nicht etwa... Ihre Mitarbeiter? Nein, nein. Die sind zuverlässig. Entlassene Mitarbeiter? Wir haben seit Jahren keinen entlassen. Die Geschäfte gehen glänzend. Das heißt, gestern war ein pensionierter Angestellter bei mir. Der hat vor ein paar Jahren in der Buchhaltung gearbeitet. Und der war gestern hier? Ja, suchte Arbeit. Als Nachtwächter. Ich habe ihm 100 Mark in die Hand gedrückt. Das war alles. Also ich meine, mehr war nicht. Ja, pensioniert zwar, aber doch immerhin kein Mann, der sich ja auskennt, ne? Naja, auskennt. Doch, ja. Zum Beispiel, dass Schmuck und Bargeld gut ressort sein könnte. Ja, wahrscheinlich, doch. Aber der Mann, der kommt nicht in Frage. Kann ich trotzdem seinen Namen haben? Aus. Schluss. Vor allem. Jetzt liegt ein Toter auf der Bühne. Das war schon immer ein Problem. Wie kriegt man die Leiche von dem Brett da? Ja, aber das Geld, das Geld, das Geld haben sie doch geholt. Und Irrenschmuck. Darf ich deinen Gedankengang interpretieren, liebste Irrmach? Du denkst, also bitte korrigier mich, du denkst, wir haben niemanden rumgebracht. Und so gesehen ist natürlich alles gut gelaufen. Bis jetzt, richtig? Richtig. Ja, aber jetzt. Dein Toter auf der Bühne. Aber auch viel Geld sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Holen wir uns das Geld? Jetzt oder jetzt? Ja, Marabu. Ja, ja. Moment! E-Mail, Telefon, der Typ von gestern. Ja, hoffentlich erreiche ich die auf die Schnelle. Ja, aber nicht vor Elbe. Na? Na, was meldet der Bote? Kriegen wir das Geld? Wollen wir es? Ja. Natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. E-Mail, die Typen waren gestern. Dann vergehen dann immer gleich drauf. Und die Tüte. Moin. Ich bin wirklich auf die Minute. Schnapps? Für mich nicht zu früh. Aber für mich. Kommt er? Gesagt hat er es. Auf gute Gesundheit. Immer noch keine Angst. Die habe ich im Laufe der Jahre verloren. Und zwar total. Du warst der... Oh, pardon. Sie waren ja meine richtige Nummer. Ja. Und bei einem Verein, vor dem du heute noch Schiss hast. Sie auch nicht. Keine Angst. Wovor soll ein Halbtotter noch Angst haben? Was hat er denn mit der Polizei zu tun? Meinen Sie, das wäre ungewöhnlich? Oh nein. Dieser Koppel ist ein renitenter Typ. Voller Widerspruch. Schauen Sie, wir haben einen sehr schönen Tagesraum. Einen Garten, Liegestühle. Ein sehr schönes Angebot für ruhige alte Leute. Ja. Aber dieser Mann macht davon keinen Gebrauch. Er saust in der Stadt herum mit einigen anderen, die ihm leider sehr ähnlich sind. Mit irgendeinem kleinen Bus. Auch so eine Sache. Sie haben sich einen Bus angeschafft. Ich weiß nicht wovon, denn Geld haben Sie ja nicht. Das ist natürlich eine Scheißsituation. Sollen wir verschwinden? Nein. Das sind Mörder. Soll ich denen die Hand geben? Oder soll ich sie anspucken? Oder soll ich das Geld nehmen? Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ja, das ist richtig. Ach, das ist eine Scheißsituation. Und wir haben das begriffen. Er ist da. Im Hof. Gleich rechts. Du bleibst hier. Ja, natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Verdammt, wir haben nicht Probleme mit euch. Machen wir es kurz. Unseren Anfall. Wie viel? 10.000. 50-50. Und der Schmuck? Das dauert, bis der verscherbelt ist. Wenn ich das Geld jetzt nehme? Dann hängt er mit drin. Bis hier. Worauf es euch ankommt. Logisch. Bei uns geht es jetzt zum Kopf und Kragen. Wir müssen uns sicher sein. Ja, finde ich klar. Was euch angeht, ganz sicher. Also? Der Umfeld ist dran. Haben Sie auch keine Angst, fragt der Kermik? Nee, sag ich. Wovor soll ein Halbtoter, ein Halbtoter doch Angst haben? Wir verwachen die Halbtoten. Die Scheintoten erwachen zum Leben. Geld, Geld. Jetzt haben wir es. Wir haben es und wir behalten es. Aus dem einfachen Grunde, wir brauchen es. Wovor soll ich denn angst? Da hüpft man vor Frau Quinger. Ja, komm, hilf der Hupftone. Oh, nein, danke. Es geht. Schönen guten Tag, Frau Quinger. Sie werden uns heute nicht bestrafen können mit Essensentzug, denn wir sind glücklich und gut gelaunt. Was gibt es denn heute Schönes zu essen? Ah, Kohl und Zwiebel. Wollen wir nicht wieder außer Haus? Ja, merci, merci an der Karte. Zunächst einmal will die Polizei, Sie sprechen, Herr Koppel. Die Polizei? Wir hätten uns gerne mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ja, mit Ihnen, Herr Koppel. Ja, worum geht es denn? Wo können wir denn umgestört reden? Hier, bitte. Das gefällt mir nicht. Verschwinden wir auf unsere Zimmer. Ja, ich habe da mal in der Buchhaltung gearbeitet, als Rechnungssklave. Ich habe Zahlen gefressen und Zahlen ausgespuckt. Und irgendwie bin ich selber eine Zahl geworden, die zum Schluss jemand ausgespuckt hat. Sie leben von einer Rente, ja? Haben Sie Leben gesagt? Entschuldigen Sie mal, geht es Ihnen nicht gut, oder? Sie machen ja Spaß. Erklären Sie mir mal, was diese Frage soll. Sie waren gestern im Büro Hellwege. Gestern. Gestern. Gestern, ja, natürlich. Ich dachte, geh mal vorbei, mal guten Tag sagen. Sie wissen, was da passiert ist. Ja, ich habe gehört, ein Einbruch. Soll ich Ihnen was sagen? Als ich gestern in den alten Geldschrank sah, da wollte ich schon sagen, Menschen, Skind, wollen Sie sich endlich mal einen anständigen Tresor einschaffen? Der war ja schon bei Ihrem Herrn Vater aus der Bohne. Sie haben sich nach einem Job erkundigt. Als Nachtwächter, ne? Ja, stimmt. Stellen Sie sich vor, ich wäre es geworden und hätte gestern Dienst gehabt. Peng. Wie viel Geld haben Sie in der Tasche? Wie viel Geld? Ja, ein paar Mark. Wollen Sie es sehen? Sie haben einen Bus gekauft. Wozu? Zusammen. Wir vier zusammen, alten, gebrauchten. Das heißt, gekauft noch nicht direkt. Erstmal auf Probe. Ist eine Verrücktheit, war da nichts? Vier alte Leute? Das sind Verrücktheiten nur was für junge Leute? Was machen Sie eigentlich mit dem Bahn? Wir fahren herum. Wer Koppel ist, wissen Sie jetzt. Dann gehört zu der Clique Josef Steckel, ein ehemaliger Polizist. Polizist? So steht es jedenfalls hier. Weiter, Carlo La Rosa. Ein alter Schauspieler, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja, ich bin auch mal bei der Kripo gewesen, aber schon lange her. Schon gar nicht mehr wahr. Und was wahr ist, das sehen Sie hier vor sich. Ich denke, Sie haben doch einen Blick dafür, für Leute, die Ihnen sagen, wir malen. Das Handtuch geworfen haben. Und wer hier ist, der hat das Handtuch geworfen. Ach, Sie spielen Schach. Wer ist da im Zug? Schwarz. Schwarz. So. Was? Bei welchem Dezernat waren Sie eigentlich? Oh, bei diesem, bei jedem Einbruch, die im Stahl sind so reihung. Ja, Sie kennen das ja. Ja, die übliche Oxentour. Ich habe mich wirklich gefreut, an den ehemaligen Kollegen kennengelernt zu haben. Fühlen Sie sich noch so? Als Kollege, meine ich. Nein. Ich bin für niemand mehr ein Kollege. Das hat sich verloren. Voll Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag. Nein. Kein Kollege. Hier. Ja, seht ihr? Die Herren wollten Sie sprechen. Oh, pardon, ich habe nicht mit Besuch gerechnet. Ach, tatsächlich, Sie haben mich auf der Bühne gesehen. Erinnern Sie sich an das Stück? An meine Rolle? Ja, das ist, ich meine, Sie waren doch, wie nennt man das eigentlich, dramatischer Held, nicht? Ja, das war ich. Ein Held in Luftspiegelungen von Autoren. Das ist gut, das muss ich mir merken für meine Memoaren. Luftspiegelungen. Ich habe meinen Leben Autoren gewidmet. Ja. Ich stehe zur Verfügung. Als Luftspiegelung. Falls die Polizei etwas damit anfangen kann. Das, äh, sind Sie nicht da? Ja, das heißt, das war ich. Antonius von Cleopatra. Meine große Zeit. Vorbei, vorbei. Ein so erfolgreicher Schauspieler wie Sie, entschuldige die Frage, aber wie kommt er eigentlich in so ein Altenheim? Das ist eine sehr gute Frage, junger Mann, eine sehr gute Frage. Ich habe, wie alle jungen Leute, nie daran gedacht, dass ich alt werden könnte. Ich habe nie vorgesorgt, nie geklebt, nur gelebt, gelebt, gelebt. Und dann plötzlich Aktschluss, letzter Akt vorhaben. Kann Ihnen natürlich nicht passieren. Heutzutage. Das heißt, wenn Sie überhaupt so alt werden, wie ich, in Ihrem Beruf. Ja, bitte. Ach, ich, ich hoffe, wir belästigen Sie nicht. Wir wollten Sie nur kennenlernen. Ach, sind Sie das? Natürlich, ich habe gehört, Sie waren Tänzerin. Prima Ballerina, ja. Ja, das bin ich. Und das bin ich nicht. Niemand ist am Ende das, was er mal war. Ich nicht. Und Sie auch nicht. Wenn es mal so weit ist. Ja, da mögen Sie recht haben. Aber Sie haben doch Freunde hier. Ach was! In meinem Alter schließt man keine Freundschaften mehr. Freunde? Höchstens gute Bekannte. Damit man nicht ganz so einsam ist. Ein Hund darf man sich ja hier nicht halten. Ein Hund wäre mehr Liebe. Bitte. Gestern wurde ein Wachmann erschossen. Haben Sie davon gehört? Ja. Von wem? Von... Gelesen? In der Zeitung? Stellen Sie sich vor, ich kann lesen. Entschuldigen Sie bitte auf die Frage, von wem. Da antworten Sie aber ganz spontan. Von? Von? Also. Gehört von wem? Koppel hat mir davon erzählt. Er hat sogar an dieser Firma was zu tun gehabt. Was sagt denn Koppel zu dem Toten? Fragen Sie ihn doch selber. Sie haben was damit zu tun, auf irgendeine Weise. Also, ich weiß nicht wie, aber doch. Koppel hat ganz genau gewusst, dass in dem Tresor was zu holen war. Er gab den Tipp. Der wem? Na, Steckel. Steckel war mal Polizist. Stefan, das sind doch reine Vermutungen. Aber Harry. Steckel kennt die Szene sehr genau. Wir alle kennen Leute von der anderen Seite. Ein ehemaliger Kripo-Beamter, der sich mit Ganoven eingelassen haben soll? Ja, und warum nicht? Polizisten sind auch nur Menschen. Der Beruf verpflichtet Sie zur Moral, ja. Aber Sie bleiben doch, was Sie sind, Menschen. In unserem Kollegen haben wir einen verdammt kaputten Menschen kennengelernt. Und alle, die wir heute kennengelernt haben, sind auf eine Weise, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Sie sind total kaputt, Harry. Sie, Sie haben ihn erreicht, den Endzustand, ohne Moral. Und was mich am meisten erschreckt, fast zwangsläufig. Jetzt sagt bloß noch, das könnte uns auch passieren. Daran wage ich gar nicht zu denken. Höre ich richtig? Champagner? Ihr nehmt mich wohl auf den Arm. Es fehlt nur noch, dass er unser Geld sehen will. Aber wir zeigen es Ihnen nicht. Also nun mal, Tacheles. Champagner, ja oder nein? Und wenn er nicht die richtige Temperatur hat, dann geht er, wusscht, retour. Compris, garçon? Du verras, ton cul siera bientot aussi froid que le Champagne. Compris, Monsieur? Ach, den Ober doch mal, auf Französisch. Ob es hier auch was zu essen gibt? Manger, manger, compris. Der Ober im Schwarzen Frack mit weißer Fliege und ich, ich werde kommen und fragen, ist mein Tisch noch reserviert? Und wenn Sie sagen, nein, sage ich, Kopf ab. Hallo Chef, hier Berger. Also im Augenblick sind Sie in der Gaststätte Rittering und trinken Champagner. Den VW-Bus haben Sie heute Morgen bezahlt. 2500. Darf man mal schön? Herr Steckel? Ja? Kommen Sie mal. Bitte? Was gibt's denn? Die anderen auch. Die anderen auch. Herr Koppel, Herr LaRossa, Frau LaRouche. Na, kommen Sie schon. Es wartet jemand auf Sie. Hier sind Sie. Guten Abend, bitte kommen Sie näher. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank, Frau, äh... Dringer. Frau Dringer, danke schön. Bitte. Was soll das ja werden? Eine Vernehmung? Ja. So könnte man das nennen. Machen Sie jetzt bloß keinen Fehler. Hier. Bitte schön. Ein Durchsuchungsbefehl. Wie haben Sie den denn gekriegt? Woraufhin? Es besteht der dringende Verdacht, dass Sie und Ihre Freunde mitwisser, wenn nicht sogar Anstifter eines Verbrechens sind. Was soll das heißen Anstifter eines Verbrechens? Legen Sie mal den Inhalt Ihrer Taschen hier auf den Tisch. Sie zuerst, Herr Steckel. Was haben Sie in der Brusttasche? Was haben Sie in der Brusttasche? Innentasche. Ist es nicht erlaubt, Geld in der Tasche zu haben? Wie viel ist es sein? 900 Mark. 920. Um genau zu sein. Da ist es nicht erlaubt, 920 Mark in der Tasche zu haben? Herr Kollege. Sie werden mich jetzt fragen. Was ist das für Geld? Woher kommt es? Ich werde es Ihnen sagen. Freiwillig. Das ist der Rest meines Vermögens. Das zusammengeschmolzen ist, bis auf diesen schäfigen Rest. Und mit diesem Geld machen wir uns ein paar letzte schöne Tage. Die wir verdient haben. Die uns das Leben schuldig ist. Es ist Ihr Anteil an der Beute. Anteil an einem Toten. Beweise? Beweise, Herr Kollege. Sie machen ja doch einen Fehler. Haben Sie Beweise? Warum haben wir denn sein Zimmer nicht durchsucht? Der alte Fuchs kennt sich doch aus. Denkst du, er versteckt das Geld unter der Matratze? Also, ich verstehe dich nicht, Herr Kollege. Ich hätte erst mal die ganze Bande vorgeführt und mir dann jeden einzeln vorgenommen. Harry, es geht doch um ganz etwas anderes. Es geht doch um die Antwort auf die Frage, haben Sie ihn wirklich erreicht, den Endzustand? Endzustand? Ich glaube, du hast sie nicht alle. Steckel hat recht, wir haben keine Beweise. Noch nicht. Er hat gedacht, er könnte den alten Steckel reinlegen. Irrtum, Herr Kollege, Irrtum. Voll Verhören verstehe ich nämlich was. Immer noch. Ich kenne alle Tricks. Na, keine Sorge. Die können uns nichts anhaben, überhaupt nichts, gar nichts. Ein paar letzte schöne Tage, die uns das Leben schuldig ist. Ein paar schöne Tage, die wir uns verdient haben. Versteht ihr? Verdient! Aber der lässt mich locker. Ich kenne diesen Typ. So! Guten Morgen! Mein, mein! Guten Morgen! Ach, guten Morgen! Geht es jetzt ab? Ins Präsidium? Nein, nein, wo denken Sie hin? Ich wollte Sie einladen, ab ins Grüne. Wann bringen Sie mich zurück? Ich habe um 11. wistige Verabredung. Wir müssen es natürlich einhalten, kein Problem. Wollen Sie nicht wissen, was wir sehen? Ja, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich es wissen soll, dann wird es mir schon sagen. Sie haben sich gestern so für mein Schachspiel interessiert. Spielen Sie auch? Ja, manchmal. Lust auf eine Partie? Im Grünen? Wir beide. Sie gegen mich? Ich gegen Sie? Warum nicht? Quatsch! Sie fangen an. Also, kein Verhörs gemacht. Keine Lampe, wenn jemand angestrahlt wird. Haben Sie das früher so gemacht? Oh, wenn es war der Fahnding. Wenn man wie durch eine Wand hindurch musste. Na ja, die Zeiten haben sich geändert und die Methoden auch. Ich weiß nicht, wer die Sache ausgeheckt hat. Das spielt auch keine große Rolle im Moment. Wahrscheinlich Koppel, der das Büro Hellwege genau kennt. Na ja, und so wurde die Idee geboren, sich dort zu bedienen. Man brauchte nur Leute, die da einbrechen. Und die haben Sie besorgt. Unterstellung! Nee, Moment. Sie müssen nichts sagen. Ich will die Antwort gar nicht hören. Ich brauch Sie nicht. Nein? Ich weiß, dass es so war. Sie sind dran. Mich interessiert Ihr innerer Zustand. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche, mich in die Lage, in Ihre Lage zu versetzen. Auch in die Lage Ihrer Freunde natürlich. Können Sie das denn? Na ja, ich sage ja, ich versuche es. Und ich sage Ihnen, das schaffen Sie nicht. Das ist möglicherweise eine Erfahrung, die Ihnen noch bevorsteht. Dann werden Ihnen die Augen übergehen. Da bricht alles zusammen, was Sie gedacht oder woran Sie je geglaubt haben. Alles. Hören Sie mir genau zu. Alles verliert seine Bedeutung. Wird sinnlos. Und das Letzte, was Ihnen bleibt, wie Sie Ihren Kadaver über die Zeit retten. Alles gilt nichts mehr? Nichts. Ich gratuliere. Sie sind ein sehr guter Spieler. Schachspieler. Sie haben mich gewinnen lassen. Nein, nein. Ich hatte gar keine Chance gegen Sie. Jetzt aber ab ins Präsidium, Herr Gers. Nein, noch nicht. Ich habe nur versprochen, dass Sie Ihre Verabredung einhalten können. Bitte. Was Sie auch versuchen. Sie kriegen mich nicht rum. Darf ich nicht versuchen, mal rauszukriegen, wer Sie eigentlich sind? Ich weiß, wer ich bin. Wissen Sie es wirklich? Für Sie. Entweder Sie sagen, was das soll, oder ich gehe jetzt. Können Sie gerne mal versuchen. Ich habe die anderen auch eingeladen. Woher wussten Sie? Mein lieber Kollege, Lehrbuch für angehende Kriminaler, Seite 1. Nun... Ah, Sie haben uns beschatten lassen, ne? Nun, nein. Wozu? Vielleicht wollen Sie noch einmal Geld abholen. Wissen Sie, wenn der Schmuck erstmal versilbert ist? Da kommt noch ganz hübsch was zusammen. Was ist eigentlich los? Er ist mit uns hierher gefahren und er sagt uns nicht warum. Hat sich irgendetwas geändert? Nichts hat sich geändert, gar nichts. Ist ja der Verhört worden. Nein, man hat so ein Bier eingeladen. So Champagner ist ja nicht gereicht. Was ist denn eigentlich los hier? Setzen Sie sich bitte hin. Ich habe noch jemanden eingeladen. Guten Tag. Das ist die Frau des erschossenen Wachmanns. Wir kümmern uns ein wenig um Sie. Sie ist ja ein bisschen hilflos, aber dafür dürften Sie ja allergrößtes Verständnis haben. Ich dachte, vielleicht wollen Sie sie einmal kennenlernen. Das also haben Sie sich ausgedacht. Was haben Sie gesagt? Nichts. Gar nichts. Ich wusste nicht, dass Sie in Gesellschaft sind. Störe ich Sie auch nicht? Aber nein, nein. Kommen Sie. Nehmen Sie nur Platz. Das sind alles Bewohner eines Altenheims. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Das ist ein ehemaliger Angestellter bei, in einem Büro. Ach, den Herrn kennen Sie vielleicht noch. Das ist ein ehemaliger Schauspieler. Ein ganz bekannter Bühnenstar. Und diese Dame da war ehemals Tänzerin, prima Ballerina. Sind alles Ehemalige, die ihre Tage jetzt in einem Altenheim verbringen. Also nochmal, guten Tag. Ich störe Sie auch wirklich nicht. Nein, nein. Bleiben Sie. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich habe draußen unseren Wagen gesehen. Kann ich einen Schlüssel haben? Ja, natürlich. Ich fahre jetzt zu meiner Verabredung. Warte nicht auf mich. Moment mal. Schon gut. Behalte sie im Auge. Keinen schönen Spruch mehr. Kein passendes Zitat. Nein. Jetzt nicht mehr. Elfe war ausgemacht. Jetzt ist es. Sind Sie noch da? Was, der Herr, ja? Ach, wo? Wir haben doch Geschäftsverbänder. Wir haben doch was zu kriegen. Sie warten im Hof. Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Was willst du denn noch? Die Reichtung begleichen? Da ist nichts mehr zu begleichen. Doch. Ich bin umgefallen. Ihr seid dran. Und ich habe dir gesagt, wenn du umfällst, bist du dran. Ich schieße. Ich schieße. Bitte nicht schießen. Hilfe! Ich bin verletzt. Hilfe! 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 Die beiden Bands. So. So gut! Habe ich mich doch nicht gekannt. Kollege. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020